Mein Name ist Kubo. Meistens kümmere ich mich um meine Mutter. Wie war Vater so? Er war genau wie du. Stark. Und er hat so gut ausgesehen. Mutter, ich erzähle Geschichten mit Zauberkraft. Wenn ihr blinzeln müsst, dann tut es jetzt. Über große Schlachten, Krieger und Monster. Aber ich hatte keine Ahnung, dass meine Geschichten tatsächlich wahr sind. Kubo, wir suchen dich schon so lange. Mutter! Kubo, du musst die Rüstung deines Vaters finden. Das ist deine einzige Chance. Mutter! Kubo! Wer bist du? Deine Familie ist sehr mächtig. Deine Mutter hat dich durch ihre Zauberkraft gerettet. Und mich erschaffen. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Und das heißt, du musst tun, was ich sage. Leg dich nicht mit dem Affen an. Hast du dieses Wappen schon mal gesehen? Na klar. Das ist ein Wunder. Ich hab den Sohn meines Meisters gefunden. Deine Suche ist jetzt auch meine Suche. Wir wissen doch gar nichts über dich. Ein Pfeil abzuschießen ist nicht unbedingt. Beeindruckend. Das hab ich vorher noch nie geschafft. Deine Zauberkraft wird stärker. Du musst lernen, sie zu kontrollieren. Fast nichts an. Er war's. Ich pack das schon. Ich pack's nicht. Fordere dein Geburtsrecht ein, Kubo. Beschere dieser Geschichte ein glückliches Ende. Brauchst du Hilfe? Nein, nein, nein. Doch. Und ne Wahnsinns-Akostik. Akostik. Akostik. Das sind die Trunks. Ich habe den Geburtsrecht. Das ist eine Kostik. Das ist eine Kostik.